Hallo liebe YouTuber, heute will ich euch mal was erzählen, was mir so am Sonntag den 28.10.2012 waren wir, also meine Frau und ich, waren in Essen auf der 63. Lichterwoche. So, da wird einfach die ganze Stadt in Lichterglanz versetzt, also ein sehr schönes Fest, war total schön, hat total Spaß gemacht. Und ja, jetzt komme ich mal zum eigentlichen, was ich eigentlich erzählen will. So, in der Innenfußgängerzone war so ein Obstand auf jeden Fall. Und das ist wirklich total einladen, sehr schön gemacht, sehr schön dekoriert, also wirklich super, top, top, top. Dann, ich muss erstmal Luft holen, so schockt bin ich, was mir da passiert ist. Auf jeden Fall gab es da unter anderem, also die Preise waren wirklich rekordtief verdächtig, also Guinness-rekordverdächtig waren die Preise. Und das Obst sah von außen, also wenn man rundherum um den Stadt außen, also selbst bedient war ja verboten da. Die haben also von innen nach außen bedient, also da wäre ich mal gerne von innen, hätte mal gerne die Fotos von innen gemacht. Von außen, wie gesagt, die Ware war top. Und da boten die an, drei, drei Kilo Mandarinen, auf jeden Fall. Drei Kilo Mandarinen für zwei Euro. Und da ich ja das Schild gelesen habe, hier, wie gesagt, selbst bedient verboten. Aber irgendwie hatte ich schon ein komisches Gefühl dabei, da habe ich mir die selber nicht auszuholen. Aber, trotz allem, ich, äh, mein Misstrauen hält sich in Grenzen. So, dann habe ich auf jeden Fall drei Netze da gekauft, so in diesem Netz, spanische Clementinen, ja, ursprünglich Spanien. Macht noch so, wie gesagt, erstmal einen schönen guten Eindruck. So, da hat mir dann die Tante, die von innen, also von innen hat sie die dann rausgesucht und in so eine Tüte gepackt, ja. Dann habe ich, in der Fußgängerzone habe ich dann so zwei Stücke gegessen. Also muss auf jeden Fall die, 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 das beste Netz lag oben noch drauf. Habe ich noch zwei rausgeholt, die waren auch noch in Ordnung. Und dann, als ich zu Hause die ausgepackt habe, weil ich wollte die nicht in den Netz lassen, ich habe die hier in diese Schale getan, da kam wirklich der Schock, ja, da habe ich festgestellt, dass die, äh, also schon sowieso drei Kilo Mandarinen, billiger als wir beim Discounter, ja, also ich kenne das so, dass wenn sie günstig sind, ein Kilo ein Euro, das ist eigentlich schon günstig. So, das wären eigentlich drei Kilo, äh, drei Kilo, drei Euro. Jetzt drei Kilo für zwei Euro, soll das erste Wahl sein? Also was lernen wir da raus? Ich glaube, es gibt keine. Drei Kilo für zwei Euro, erste Wahl. Anscheinend nur zweite Wahl. Auf jeden Fall, zu Hause, das, äh, sahen die dann, die Hälfte, also von den drei Netze, war anderthalb Kilo wirklich zermatschlich hier, das ist der Beweis, ich wette ja nicht, dass vom Sonntag, wie gesagt, die übergeblieben sind, fast gar keine mehr übergeblieben, weil ich, die sind alle im Dings gelandet. So sehen die Mandarinen aus, ja, die Mandarinen aus, und, warum sehe ich das jetzt nicht? Ach, hier. Moment, hier, da war doch die kaputte Stelle. Hier, hier ist die kaputte Stelle, kann man jetzt, glaube ich, da. Ah, hier kann man das sehen. Ja, hier kann man das sehen. So. Ja. So sehen die aus. Heute ist ja Dienstag. Ist Dienstag. Ja. So. Wie gesagt, totaler Reihenfall. Also meine Empfehlung auf jeden Fall, es ist ein riesiger Anobstand, kann man gar nicht, aber läuft man richtig drauf zu, also man läuft fast davor, mit der Fußgängerzone, oberhalb, also Richtung Bahnhof, gibt es eigentlich nur einen riesengroßen Stand, sehr einladen, sieht total schön aus, aber, wie gesagt, in meinem Fall, ich bin reingefallen, total, ich bin einfach geblendet, ich bin enttäuscht, ich werde dann nochmal hingehen, und werde dann nochmal ganz gezielt, wieder Mandarinen kaufen, werde dann, vor ihre Augen, werde ich dann die auspacken, und mal schauen, ob, aber inzwischen, das Video wird ja, auch, seine Kreise ziehen, und wenn dann, wenn dann, die Mandarinen wieder schlecht sind, dann werde ich dir sagen, dass ich eine Überraschung für sie gemacht habe, so, alles, ja, ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Alpino. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, das war ein deutsch geführtes Markthändler-Stand, deutscher Obsthändler waren das, mit deutsches Personal, deswegen, umso mehr die Enttäuschung. Das war ein deutsch geführtes Markthändler-Stand.